Mit Herz trinke ich da meine eigene Milch. Ich glaube, die schmeckt richtig gut. Das ist ja sogar gesund und so. Ja, es geht jetzt ab. Warum nicht, Alter? Er ist doch voll der Cheat. Ich trinke auch jetzt schon so oder so keine Milch. Dann kann ich ja irgendwann meine eigene Milch trinken. Das ist doch voll nice. Ey, was für... Hä? Junge, stellt euch vor, ihr könntet einfach... Bruder, sie denkt auch, da kommt irgendwie Bärenmarke Haarmilch raus, Junge. What the fuck? Phoebe, was geht ab? Ein Bunker in euren Körper, wo ihr Apfelsaft rausfressen könnt. Aus dem Schwanz wäre geil. Würde ich mega feiern. Dann würde ich da immer dran nuckeln halt vom Ding. Aber wegen dem Apfelsaft halt, genau. Wäre mega fresh. Ein Apfelsaft perfekt. Stellt euch vor, dein Schwanz ist ein Apfelsaft-Dispenser. Bruder, das wäre so cool. Aber so auch jeder Nippel wäre auch ein anderes Getränk noch.